Hey Leute, willkommen. Und zwar, das war jetzt ein etwas wenigeres Wochenende. Ich habe ein paar Fragen bekommen. Und zwar eins, was noch nicht so ganz klar ist, wo einige da Probleme haben oder sich schwer tun bzw. Angst haben, ist nämlich die Hersteller zu bezahlen. Das kann ich nachvollziehen, denn am Anfang, wenn ihr halt noch nicht die Hersteller kennt, ist es halt schwierig, sie zu bezahlen bzw. dieses Vertrauen zu schaffen, wie ihr euch da absichern könnt. Das werde ich in diesem Video erklären. Okay, fangen wir direkt an. Und zwar, ihr habt einen Hersteller gefunden. Ihr habt noch nie mit denen in einer Geschäftsbeziehung gehabt. Und wollt euch da absichern, dass ihr dort halt geschützt seid. Wie geht man da voran? Und zwar, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich nenne mal einfach zwei Stück. Zunächst könnt ihr mit, hier bei Alibaba, sprich bei Alibaba gibt es sowas wie Pay Insurance. Das heißt, ihr habt ein Produkt und Trade Insurance heißt es, sorry. Ich schreibe einfach irgendwas, Kid Toys. Tun wir mal so einfach kurz. Und dann zeige ich euch direkt da. Und erkläre auch nichts dazu, damit ihr schon ungefähr wisst, wie das funktioniert. Und zwar, ihr habt, sag ich mal, einfach mal dieses Produkt, findet ihr gut und habt den Hersteller. Und danach könnt ihr filtern nach Trade Insurance. Also, ob der Hersteller Trade Insurance hat. Und das steht immer nämlich hier, wird immer noch angezeigt, ob der Hersteller Trade Insurance hat oder nicht. Und das ist eine Option, wie ihr euch absichern könnt. Dazu müsste man wissen, dass man das nur erhält, wenn man die ganze Kommunikation nur über Alibaba im Chatverlauf irgendwie geführt hat. Denn Alibaba braucht auch etwas im Gegenzug dazu zu sehen, okay, hier haben sie über das und das gesprochen, kontrollieren die. Und das ist erstmal auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Das muss, also sprich, diese ganze Verhandlungen, Bestellungen etc. Muss über die Plattform von Alibaba im Chat etc. getan worden sein. Also muss wirklich dort stattgefunden haben. Das ist das eine. Und dann halt bezahlt ihr, wenn ihr dann euch einig seid, klickt ihr dann auf Trade Insurance und überweist praktisch Alibaba das Geld. Alibaba hält das Geld zurück und zeigt dem Hersteller hier, das Geld ist angekommen. Du kannst die Wagen losschicken und die schicken die Wagen halt los. Und wenn ihr dann bestätigt, die Wagen ist angekommen etc. Es in guten Zustand, dann überweist Alibaba praktisch dem Hersteller die Summe. Das ist eins. Eine andere Alternative ist, wenn ihr Paypal in Verbindung mit Paysever benutzt. Ich werde den Namen der Bank unten verlinken. Und zwar zunächst darum benutze ich diese Bank und nicht irgendwie eine andere Deutsche Bank etc. Die Bank ist sehr, sehr schnell. Die halten nicht euer Geld zurück und arbeiten damit. Und dann überweisen die euch dann oder den anderen halt das Geld. Also ich habe es häufig erlebt, dass ich das Geld morgens abgeschickt habe zwischen 7 und 10 Uhr. Und 16 Uhr war das Geld auf dem Konto von dem Hersteller oder wo ich mir eine Auszahlung genehmigt habe. Dann war das Geld gegen 16, 15, 16 Euro war das Geld auf meinem Konto. Also innerhalb eines Tages, wenn ihr das morgens tut. Das hat auf jeden Fall den Vorteil, der Kundenservice ist sehr, sehr nett. Die sind sehr hilfreich. Das liegt, die Bank ist im Ausland, in Litauen und wirklich, also falls ihr da irgendwie Probleme habt, in Deutschland eine Bank zu kriegen, dann auf jeden Fall würde ich raten. Weil Litauen geht auch zur EU, dort euch dann ein Geschäftskonto bzw. ein Konto zu eröffnen. Denn nämlich, ich würde dann auch immer separat und es ist wirklich Pflicht und es würde sonst nur euer ganzen privates und geschäftliches vermischen, immer für Amazon FG ein separates Konto zu erstellen, anzulegen. Wie gesagt, den Link zu der Bank findet ihr unter der Videobeschreibung bzw. unter dem Video. Und wie macht ihr das dann, die zweite Alternative? Nämlich, ihr bezahlt mit Paypal, aber die Paypal ist halt dann mit dem Visa oder Mastercard halt gedeckt. Also sprich, mit der Bank hier ist dann euer Paypal verknüpft, ist dann euer Paypal verknüpft und dann ist es halt mit Mastercard oder Visacard abgesichert. Also ihr meldet es praktisch da drunter. Dann habt ihr zwei verschiedene Arten von Schutz. Nämlich, wenn es zu Schwierigkeiten kommt, könnt ihr erstmal Paypal sagen, hey, hier, der hat dies und jenes nicht gemacht. Und dann gegebenenfalls holt Paypal das Geld zurück und überweist euch das. Falls das schief gehen sollte, hier kommt dann in Kraft die Visa oder Mastercard. Dann kontaktiert ihr euren Anbieter bzw. eure Bank und sagt, ich habe das und jenes gekauft. Es entsprach nicht, was ich mir vorgestellt habe etc. Oder je nachdem, weil ihr weiß, es gibt viele Szenarien, die halt passieren können. Und dann sagt ihr, ich hätte gerne mein Geld halt zurück. Und die wollen dann euer Geld zurückholen, denn es ist mit Visa und Mastercard. Das kann man machen. Und das solltet ihr wirklich machen, wenn da die Vereinbarung nicht eingehalten worden ist oder die versuchen euch über einen Tisch zu ziehen. Das ist diese Absicherung, die ihr am Anfang noch, wie ich immer, in dem Kurs halt gerade vorzunehmen, wenn ihr die Hersteller bezahlt. Wie gesagt, erste Option mit Alibaba, mit den Trade Insurance. Zweite Option mit Paypal verbunden mit Visa oder Mastercard. Da habt ihr eine doppelte Absicherung. Und ja, das und viele andere Hacks unterrichte ich in dem Kurs. Wenn das zum Beispiel einer nicht weiß und der überweist zum Beispiel über TNT oder über Moneywise oder irgendwie diese ominösen, wo die sagen, okay, Zahl überweist das zu irgend so, wo man halt direkt auf deren Konto oder auf diese Anbieter. Aber ihr werdet euer Geld nie wieder sehen, beziehungsweise ihr seid in einer schlechten Fahndungsposition, falls es zu einem Problem kommt oder ohne eine Einigkeit zwischen dir und dem Hersteller. Dann zieht ihr auf jeden Fall den Kürzeren, denn das Geld werdet ihr niemals sehen. Deswegen, da sind solche Hacks, die ich einfach in dem Kurs halt vermittle und euch beibringe, denn das erspart euch Tausende von Euros oder 500 von Euros, 500 Euro oder je nachdem eine Summe. Und diese Investitionen in dem Kurs, wirklich, da sind so viele Stauberfallen, die auftreten könnten und die halt über den Wert des Kurses sogar hinausgehen. Und dann werdet ihr bereuen, dass ihr da halt nicht investiert habt, um das zu vermeiden. Und wie gesagt, den Link zu dem Kurs findet ihr unter der Videobeschreibung. Und ja, das ist so unter anderem, wie ich das vornehme. Und einige Hacks und die Talita-Hacks sind in dem Kurs. Natürlich werde ich nicht alle Preis geben, aber wer in sich investieren will und sich was aufbauen will, ich habe da auch die Zeit investiert und Stunden, um diese Videos zu drehen. Und da sind vor allem auch Fehler, die ich gemacht habe, wo ich teuer Geld bezahlt habe. Und wenn ihr das halt von vorne weg macht, dann spart ihr euch diese ganzen Kosten. Und ja, das war's dann für heute und wir sehen uns beim nächsten Video.